Herzlich Willkommen zu diesem Video. Heute stelle ich euch meine Aufstellung für den FC Bayern München, für das Spiel im DFB-Pokal gegen Preußen Münster vor, sowie alle wichtigen News, die ihr vor dem Spiel noch wissen müsst. Viel Spaß mit dem Video. Bevor ich jetzt mit der Startaufstellung starte, Leute, checkt unbedingt jetzt hier schon mal den Stream aus. Auch wenn das Spiel im Free-TV läuft, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr alle wieder dabei seid und wir das Spiel zusammen bei mir im Stream gucken werden. Ich bin bei jedem Bayern-Spiel live, auch bei diesen Leuten, also seid dabei. Macht es heute ein bisschen anders und zwar seht ihr jetzt hier schon einmal die gesamte Aufstellung und dann bekommt ihr auch noch alle wichtigen News, die ihr wissen müsst vor diesem Spiel. Ihr seht es schon im Tor, Daniel Perez, RV, Masraoui, Innenverteidigung, Dayopa Meccano zusammen mit Minjay Kim, links Rafa Guerreiro, Joshua Kimmich und Leon Grotzka auf der Doppel-6, Jamal Moussela auf der 10, links Matisse Tell, rechts Leroy Sané und ganz vorne drin im Sturm Harry Kane. Ihr fragt euch jetzt, okay, hier haben wir einige interessante Änderungen drin, als allererstes natürlich im Tor, Daniel Perez. Thomas Tuchel hat in der Pressekonferenz heute gesagt, dass er es aus anderen Ländern und anderen Ligen so kennt, dass in der Regel im Pokal der Ersatztorwart spielt, wenn er es sich denn verdient hat und die Situation passt. Und die Situation passt absolut. Preußen Münster ist nur ein Drittligist, da sollte nicht so viel Gefahr von ausgehen, deswegen können wir da ganz beruhigt davon ausgehen, beziehungsweise Thomas Tuchel hat es in der PK bestätigt. Daniel Perez wird sein Debut für den FC Bayern München hier im DFB-Pokal gegen Preußen Münster feiern, ich freue mich sehr darauf, ich habe noch nichts bisher von ihm gesehen und Highlights. Dann kann man immer sehen, wie geil ein Kicker sein kann, aber es ist absolut keine richtige Darstellung über ein normales Spiel von einem Torwart, deswegen mehr als Highlights habe ich nicht gesehen zu Daniel Perez, aber ich freue mich tatsächlich sehr darüber, dass er hier gegen Preußen Münster von Anfang an spielen darf. In der Innenverteidigung auch eine wichtige Personalie anzumerken und zwar Matthijs De Ligt, der ist nicht dabei, er fällt wegen einer Verletzung aus, deswegen hat er auch nur 45 Minuten gegen Bochum gespielt. Am Wochenende da haben wir dann natürlich wieder Upamecano und Kim, weil wir einfach überhaupt keine anderen Optionen haben, so ist das leider einfach. Rechter Verteidiger auch natürlich eine kleine Sache, Leimer wird da vermutlich nicht spielen, weil er jetzt die letzten beiden Spiele sehr viele Minuten gemacht hat. 90 Minuten gegen Bochum und auch gegen Manchester United wieder sehr, sehr viel, sehr intensiv gespielt, deswegen hier die Rotation, Masraoui wieder eine Chance zu zeigen, was er als rechter Verteidiger doch drauf hat. Und, um die Abwehr hier abzuschließen, auf dem linken Verteidiger einen zweiten Debutanten und zwar Rafa Guerreiro. Er ist jetzt ja auch bisher mit einer Muskelverletzung, meine ich, war es ausgefallen, die hätte er sich am Ende der Vorbereitung zugezogen, jetzt ist es endlich soweit, er ist wieder fit, er ist wieder im Kader. Ja, Davis ist momentan, der macht super viele Minuten, hat jetzt mal ein bisschen Pause bekommen beim letzten Spiel am Ende, als dann Franz Kretz sich eingewechselt wurde, aber da denke ich mal, ist es endlich Zeit, dass wir Raphael Guerreiro sehen werden. Bin ich sehr gespannt, der hat noch keine Chance gehabt, sich zu zeigen, wegen einer unglücklichen Verletzung kann er einfach nichts für. Ich denke mal, der wird sehr heiß sein und einfach eine Abwechslung zu Alphonso Davies, ein bisschen anderer Spielstil, ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird. Auf der 10. haben wir Jamal Musiala im letzten Spiel wieder erst eingewechselt worden, da hat tatsächlich ja Choupo Moutinho vorzubekommen, weil die Bayern mit einer Doppelspitze gespielt haben gegen den VfL Borum. Ich denke mal, jetzt ist es wieder Zeit für Musiala, war sehr, sehr stark in der Champions League gegen Manchester United und ich hoffe einfach mal, dass er da auch so gut weitermachen kann, wie er das jetzt gemacht hat zuletzt. Auf rechts und links außen haben wir Leroy Sané und Matisse Tello und ich glaube auch, dass Sané einer ist, der theoretisch eine Pause bekommen könnte. Allerdings hat er momentan so einen starken Lauf, dass sich das auch vielleicht gar nicht unterbrechen würde, da muss man jetzt einfach das richtige Fingerspitzengefühl haben, das hat Thomas Tuchel, denke ich auch. Und natürlich Matisse Tello, letztes Jahr hat sein Startliefdebüt gefeiert, als der FC Bayern das erste Mal in der ersten Runde im Dichlokal gespielt hat, da durfte Matisse Tello zum ersten Mal von Anfang an ran, jetzt er hat wieder getroffen gegen Bochum. Klar, es war nur Borum und es stand schon, glaube ich, 5 zu 0 zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem, der Kerl ist es so geil, so cool, wie der momentan abgeht, wie viele Tore er schießt, wie gut Matisse Tello spielt. Das ist richtig, richtig stark, deswegen hat er sich seinen Stammplatz, zumindest hier im Pokal, auf jeden Fall mal absolut verdient. Würde mich tatsächlich aber auch nicht wundern, wenn er in der Zukunft mal in der Bulli in der Stadt steht, vor allem jetzt in diesen vielen englischen Wochen, die wir haben. Und natürlich auch muss man darauf achten, wir haben noch ein Command-Potenzial auf außen, denn Gnabry würde mich theoretisch auch nicht wundern, wenn da entweder dann zur Halbzeit früh gewechselt wird oder es doch ein bisschen anders aussieht, weil wir ja am nächsten Samstag auch schon den Kracher gegen RB Leipzig in der Bundesliga haben. Das absolute Top-Spiel, ja wieder zwei der besten drei Teams, die aufeinandertreffen, sehr, 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 sehr wichtig, deswegen ist auf jeden Fall ein bisschen Rotation trotzdem noch wichtig für den FC Bayern München. Und ganz vor dem Sturm Harry Kane, Thomas Tuchel hat es in der Pressekonferenz gesagt, Kane wird immer spielen und ich glaube auch, dass er hier von Anfang an wieder ran darf, ansonsten vielleicht wieder ein Chupo, der hat jetzt hier auf jeden Fall auch gezeigt, dass er nicht umsonst beim FC Bayern letztes Jahr so wichtig war, so gut war, weil er auch gegen Bochum wieder eine starke Partie gemacht hat, aber weil Tuchel einfach gesagt hat, Kane spielt immer, glaube ich, dass auch er wieder anfangen wird. Also, Debüt von Perez, Debüt von Rafa Guerreiro vermutlich, Matthijs de Ligt fällt verletzungsbedingt aus und ganz wichtig, einfach Münster nicht unterschätzen, drei Punkte mitnehmen, Leute, schreib mir gerne deine Meinung zu der Aufstellung in die Kommentare, deinen Tipp auch sehr, sehr gerne und sei am Dienstag im Stream dabei.